Das letzte Mal sind wir aus einer Hühnerfarm ausgebrochen. Diesmal. Brechen wir in eine ein. Das ist ganz unmöglich. Feuer frei. Es gibt ein Problem mit dem elektrischen Zaun. Gewaffneten mit Kameras bestückten Maulwürfen. Und lasergelenkten Granatenenden. Der Laden ist echt uneinnehmbar. Ja, und rein kommt man auch nicht. Okay, Leute. Macht euch bereit. Ist nicht mehr nötig. Ich war schon für kleine Hennen. So, die Vorspeise hattet ihr schon. Jetzt wird's Zeit fürs Hauptgericht. Sie ist es. Willkommen in der Zukunft. Nadem. Nem. Was. Ich war doch. Ich war hier mal im lahischen Fall. Ich war треть faciliterischer Verenigung. Das war ebenso More. Ah jedstesisen. Ich habe mal, es ist mich jetzt quem ihn. ImmerPhön, ich нас wiederum. Vielen Dank.